Was war das kurioseste Ereignis, das kurioseste Spiel, das Sie kommentiert haben? Das kurioseste Spiel war ein Champions-League-Spiel vom FC Bayern in Lyon. Vier Tore von Olic, kann ich mich erinnern. Da war ich bei allen vier Toren live drauf. Wir hatten damals B5 aktuell, Live-Übertragung. Das sind immer zwei Kollegen, wir geben hin und her. Und ich war bei allen Olic-Toren drauf. Es ist ein Glück gewesen. Ja, war ein tolles Highlight für mich damals. Wo viel Technik im Spiel ist, ist ja immer die Chance oder die Möglichkeit groß, dass etwas schief geht. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf die 30 Jahre beim BR, welche Technikpannen haben Sie zum Beispiel erlebt? Da könnte ich jetzt eine Stunde lang erzählen. Es ist unglaublich, was da alles passiert ist. Ich werde nie vergessen, war auf Schalke, ist vielleicht 10, 15 Jahre her. Und auswärts bist du immer der Reporter vom Spiel, der Interview-Reporter, der Techniker. Du nimmst dein Gerät mit, schließt es dann an. You come damals noch. Und ich habe, als ich das Leihauto in Düsseldorf am Flughafen genommen habe, den You come-Koffer vergessen. Ich habe den nicht mitgenommen nach Gelsenkirchen. Ich merke es aber erst, als ich aussteige vor der Arena auf Schalke. Ich habe sofort angerufen bei Sixt. Die haben dann ein Taxi losgeschickt. Der Taxifahrer ist ein Wahnsinniger gewesen. Er ist, glaube ich, der einzige Taxifahrer im ganzen Westen, der das Stadion nicht kannte von Schalke. Auf alle Fälle hat er, glaube ich, eine Stunde gebraucht oder ein Viertel. Dann war er da, zehn Minuten vor halb vier, halb vier, ist das Spiel angegangen. Dann habe ich meinen Koffer gehabt. Ich bin raufgerannt, habe alles angesteckt. Und eine Minute vor Spielbeginn war die Leitung gestanden. Blut und Wasser geschwitzt, war unfassbar. Und dann war es ein ganz, ganz schlechtes Spiel. Aber ich habe dann meine Einblendungen alle schaffen können. Das war dann ein Glück noch am Ende. Aber werde ich nie vergessen.